Heute wieder ein Video voller Zahlen und Grafiken. Es geht darum, wie sich die spanischen Kredite in meinem Bondora-Account so schlagen, weil der Felipe hat mich danach gefragt. Ich bin der Johannes und ich zeige dir in meinen Videos immer wieder, wie du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst. Gut, am Ende ist es nicht das Geld, das arbeitet, sondern Menschen, aber anderes Thema. Steigen wir direkt mit dem interessanten Teil ein, dem Status meiner spanischen Kredite. Ich habe bei Bondora direkt in den Statistiken keine Einstellungen gefunden für eine Ansicht auf der Plattform, wie ich also die spanischen Kredite direkt isoliert von allen anderen sehen und analysieren kann. Deswegen habe ich die händisch in eine Excel-Tabelle übertragen, aber bei 295 Stück geht das gerade noch so. Jetzt hier auf dieser Folie habe ich es einmal stehen, grüne Kredite sind laufend, orangene Kredite sind überfällig und die roten sind mehr als 60 Tage überfällig. Diese Farbenzuordnung ist die gleiche, die auch auf der Bondora-Plattform benutzt wird. Jetzt auf den folgenden Folien habe ich das dann so abgekürzt, dass da meistens nur noch Rot, Grün oder Orange steht oder auch nur noch die Anfangsbuchstaben R, G und O. Aber ich denke, das versteht ihr trotzdem. Gut, also es geht hier nur um die spanischen Kredite und davon sind 33,9% laufend, so wie sie sollen, 4,75% sind überfällig und 61,35% sind mehr als 60 Tage überfällig. Das sind ziemlich genau zwei Drittel der spanischen Kredite, die überfällig sind. Das Ganze nochmal als Stückzahl, 100 sind laufend, 14 überfällig und 181 mehr als 60 Tage überfällig. Gar nicht mal so wenig. Schauen wir uns auch nochmal den Anteil der verschiedenen Ratings an. 0,34% sind C, 3,05% D, 3,73% E, 23,39% F und 69,49% HR-Kredite. Hier sieht man also jetzt schon, dass F- und HR-Kredite in Spanien die dominantesten Ratings sind. Und tatsächlich gab es neulich bei Bondora einen Blogbeitrag, in dem berichtet wurde, dass 92% der spanischen Kredite F und HR geratet sind. Also, das passt an dieser Stelle schon ganz gut. Hier nochmal die Rating-Anteile als Stückzahl. Das ist 1C, 9D, 11E, 69F und 205 HR-Kredite. Jetzt interessiert natürlich, in welchem Rating sind denn die meisten roten Kredite vertreten. Zumindest nicht in den F-Krediten. Denn hier sind 75% grün. F-Kredite schlagen sich noch sehr, sehr gut. 4,3% sind orange und 20,3% nur sind rot. Schauen wir uns die HR-Kredite an. Da gibt sich ein ganz anderes Bild. 77% sind hier rot. 5,5% orange und nur 17,5% grün. Das gibt uns natürlich einen Hinweis darauf, wer hier das schwarze Schaf sozusagen sein könnte. Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, wie viel Prozent Zinsen mit spanischen HR-Krediten verdient werden. Mit Zinssätzen teilweise weit über 100% wird natürlich versucht, wieder genug Ausgleich zu schaffen. Aber es sagt natürlich etwas über das Risiko aus, was von spanischen HR-Krediten ausgeht. Und das schätze ich hoch genug ein, um HR-Kredite insgesamt einfach aus meinem Portfolio auszuschließen. Und das geht mit dem Portfolio Pro ganz leicht. Wer noch mehr über spanische Kredite erfahren möchte, kann auch mal einen Blick in den Blog von Bondora werfen. Dort kann man zum Beispiel sehen, wie viel Geld sich insgesamt in welcher Rückgewinnungsphase befindet. Jetzt in den verschiedenen Ländern, wie sich spanische Kredite über die Jahre bei der Rückgewinnung schlagen. Wie viele Euros an spanische Kredite vergeben wurden und auch wie die Gesamtrendite, aufgeteilt auf die verschiedenen Ratings, aussieht. Und sieht damit gar nicht mal so schlecht aus. Aber die Tabelle offenbart auch, dass es hier echte Durststrecken geben kann mit Quartalen, in denen die Erträge negativ sind. Ich packe die Links zu den Beiträgen natürlich in die Beschreibung. So, damit haben wir doch ein bisschen Licht in die spanischen Kredite gebracht, oder? Die meisten sind HR und F geratet. Und die meisten, also 77% der HR-Kredite sind einfach mal mehr als 60 Tage im Moment überfällig. Aber Bondora arbeitet natürlich daran, dieses Geld zurückzuholen. Und wie, das könnt ihr, wie gesagt, im Blog auch mitverfolgen und auch diese Erfolge könnt ihr dort mitverfolgen. Aber wie gesagt, für mich habe ich erstmal HR-Kredite ausgestellt, weil es für mich eben sehr, sehr rot erstmal aussah. Und das Risiko dann natürlich auch größer ist. Das heißt, möchte man weniger Risiko fahren, dann ist man wahrscheinlich besser damit beraten, HR-Kredite zu umgehen. Aber das macht zum Beispiel auch der Portfolio-Manager automatisch, je nachdem, welches Risiko-Management ihr dort eingestellt habt. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Bei Fragen immer gerne, packt es in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal.